Ladies and Gentlemen, Hallo und Herzen Willkommen zu einer neuen Folge Kampfenstrike Kampfenstrike U15 Ja endlich Wir kommen jetzt mal drauf, dass die nicht schlecht schießen Also ich reporte die, wenn sie mal an den Schieben Ich geh B J und ich sind B Dream Team Was? Dream Team? Ja gut Alter du träumst doch von uns in deinem Nachts Na klar Oh ich bin hängen geblieben Aua Alle arm Geh über die Mitte Jo Wobei das stimmt nicht, da sind nur noch Die sind nicht rausgepusht Palace, Palace, Palace Hat Hit, hab ich Nein nein Scheiße Hab ich Oh die Clicks die sind da Ach am Arsch wir machen die Aber ich glaub die Granate Haben ganz schön viele Leute in die Fresse gekriegt Wenn ich mir den Schaden so angucke Richtig nass Christian Geh def Geh def Geh def Nix geht def Alter drei Kills Jonathan Alles gut Ich brauch meinen Uprank Ich hab nur gesehen, dass da Leute starben von uns Ja Ich find das auch gut, dass sich das in Aufruhr versetzt Oh warte mal Fuck Ich hab ne Brand Ja ich muss überhaupt mal was kaufen Ich war noch so hyped von meinen krassen Moves Ganz starker Sprung Ok ich bin gediegel headshotet worden in der Mitte Und das war kein entdiegel Steps hier Ja ganz viele Ja ganz viele Der hat mir nen Headshot gedrückt Alter Ich muss nachladen Blöd B wirds in der 2 glaub ich Buschen wir euch denn da oder könnt ihr def bleiben Ne ne ich bin schon tot und Peter wird Mach ich Da wär noch einer OAH Den hab ich noch 22 Oben in Apps sitzt deiner Sepp Ach komm ey Nice Einer noch Einer noch Ok ich komm mit Oben in Apps Apps Nice What the fuck Ok da hab ich mich selber ein bisschen drüber gewundert muss ich sagen Geil Ok der war nice I like it I like it Peter hast du bock auf deine Waffe Dann nicht What? Ich hätte dir jetzt deine Waffe wieder gegeben Oh das wär nett gewesen Aber gut Peter smoke ich oben oder äh Ich hab auf jeden Fall keine Brand mehr dafür hatte ich kein Money mehr Ok ich smokee Alter sind wir krass ey Alter wie die Bram direkt nen Deagle Headshot am Anfang gegeben haben Ohne Deagle Nimm die aber auch Das ist kein Deagle Oh das war deine Flash Mit der Tech 9 Ne das war nicht meine Die Flashen hier Die Flashen A Einer ist Mitte Flash bei B Ja der hat mich besser gepusht Ja der hat mich besser gepusht Ja scheiße Da war nur einer Wie viele sind da wohl bei B Da war nur einer Oh Gott hab ich mich erschrocken Ok B A ist alleine Ich gehe A Ja ich bleib Ja ich bleib Alter Also weil die Bombe bei A ist Kippe rüber Alter Ich bin da nicht geschissen Das kann der doch nicht machen bei der Hitze Boah da hab ich aber auch nicht so gut geschossen 84 hab ich dem gedämen Oh fuck my life 1 gegen 4 J Vorsicht Die sind da schon What? Ich hab ihm sogar noch 91 gedrückt Ok Eko Eko Ja Eko Ja ich kauf mal A Wollen wir den einfach gegen pushen über A Ja machen Gegen pushen über A Klassische Beats mit Tactics Äh die Flashen auf A allerdings wenn die kommen Ja das ist egal Also es kann gut passieren dass wir halt Ja das siehst du halt nix Du wirst halt einfach weggemacht Kling nach Oh oh Hier ist keiner Oh dann durchgespray Ja schade Ha ich hab alle überholt Die sind viel zu langsam Ne 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 ich geh durch die Mitte Der dauert viel zu lange dann plätten die bei B Ja dann sind die ja schon durch Die sind unten im Keller Ok lass Mitte gehen Pete Ich glaub die kommen A wieder Mitte sind die Die sind schon Küche Sehr gut Oh Gott oh Gott Feuer 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 in Küche Bombe äh der ist in dem kleinen Bereich Links blau Links blau links Ja ja Hab ich Nice Ist das die B gegangen? Ja ja die haben wir schon geplantet Ah nice Alter Feuer war fies Wie viele sind denn da noch? Drei Schnell macht das von hinten Eine Awe ist äh Einer ist in der Küche oben auf dem Regal Küche auf dem Regal Diffused Diffused Ja ihr müsst defusen Ich push ihn Hat jemand Diffuser? Oh ich hab ihn getötet Nein Ok dann müssen wir weg Schaffen wir nicht Oh was? Ich hab doch die Awe gerade Ich hab ne Awe für dich Bram Ich hab ne Awe für dich Bram Bram ich hab ne Awe für dich Ja ich hab ne Awe für dich Geil alle die alle einfach voll den Abgang gemacht haben Oh man ey ich dachte ja easy snack haben wir das Diffused Dankeschön aber krass Ne ne ich hab so bald wie möglich Diffused Und du hast noch irgendjemand geht da her verfolgt der gar nicht bedarf war Ja ich dachte der wär noch am Leben Ne ne der war schon tot Ja das konnte ich ja nicht riechen Ja da hinten aber auch nicht schäfen Ja da hinten aber auch nicht schäfen Ja aber weißt du wenn der jetzt am Leben gewesen wär und ich hätt ihn ja gelassen Der hätte auch nicht geholfen Der hätt uns alle gemacht Der hätte auch nicht geholfen Hätt ich ja richtig Ja ja komm wir müssen die Runde holen A push A push Da pusht doch noch gar keiner Unten ist einer gepusht Christian Da ist keiner Doch unten ist einer drin Den hab ich gesehen Christian Oh mit dem Palace für die Schritte Ja dem hab ich was gegeben Ja ich verschieb Peter du kannst mich eigentlich nicht alleine lassen Ich hab Feuer bei mir Christian Ja okay Aber die hat die Okay dann lass tauschen Ja okay Geht lieber Zwei Leute Mitte Bombe Mitte Palace ist auf jeden Fall noch einer Der hat nachgeladen Haben mich drei Leute Mitte Oh what Nimm die Orb J von Bram Ich geh Mitte Christian Ich kann leider Palace nicht mehr decken Wir sind weg gegangen wieder Ne ne die springen hier Ah shit der pusht Christian Mitte Hab ich auf Keller geguckt Oh ich hör einen Palace Ja ja Äh nicht Palace Äh Apartments ist einer Bombe B Bombe B Der ist durch B ist durch Bombe B Ich versuche bei Apps zu gehen Küche Der ist schon Küche Die Bombe ist Küche Das heißt der geht A Ja Rechts stand der Peter Nur zur Info Der ist links oder Der ist weiter gelaufen Scheiße der ist schon durch Der ist schon Oh mein Gott noch einer Oh mein Gott Oh nice Peter War auch nix Das könnte sein dass der A geht halt ne Der geht A wahrscheinlich Der A hat geplantet Der ist nach links weg gelaufen Der ist nach links weg gelaufen Links in der Ecke Ok Ja es sind noch zwei Einer wird Richtung Palace sein Und einer ist ähm Der Palace ist Links am Tor Der hat Peter gemacht Die Palace hat Peter gemacht Ich hab nix mehr zum werfen 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 Nein können wir nicht Wir haben nix mehr zum werfen Wir müssen die Omen nicht verlieren Alter ich hab jetzt drei Ekos am Stück gemacht Wir haben nix mehr zum werfen Wir haben nix mehr zum werfen Aber sie teilen sich ganz gut auf Die pushen nicht alleine mit allem Auf einen Spot aktuell Die machen Picks Mitte ist Boah Nice Jay Könnte sein dass das nicht der einzige war Ich hab da glaub ich noch einen gehört Das doch alter Alter hier die Diegelklicks sitzen Feuer kommt Bombe ist hier Feuer 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 Ok Bombe ist Apartment Der siehst du doch bei uns Ja stimmt Dann geh ich mal rüber ne Ich hab Auf einer Mitte Bambo ist der Der ist zurück in den Tunnel Tunnel Ja Ebs ist nix mehr Äh noch einer Mitte Noch ein weiterer Mitte Auf die Entfernung A ist auch down Na fuck Spot A Noch einer drauf Ja Jay Der kommt äh Küche Ist der jetzt? Küche? Peter ist Küche Was ist das? Wie heißt der Jungle? Mitte atmig Hatte nur ne hässliche Hände Scheiße Ja Leute Autsch Der Endshot war nice Ah der war nice Aber jetzt können wir wieder kaufen Jetzt machen wir mal vernünftig Ja Problem ist ja das wieder so ne Runde Also wenn wir die verlieren Hab ich wieder Echo Ja Nitto Dann verlieren wir die mal nicht Bin ich auch für Sei kein Loser Falls nicht irgendwer über den Kasten wohnert Hier auf meiner Map Der ist halt beim History Jo Äh Christian war das Deine Nein Alter wie Wie crazy werfen die die bitte Ja keine Steps hier Also A richtig gut weggesmogged von dem Ein Step Flashes bei B raus Haben wir? Habe ich Christian? Ja im Ball ist es auch einer Alter hast du Der ist schon durch Einer durch Jo Scheiße Alter schlief das scheiße 74 Bombe ist B Bombe B Okay komm rüber Fuck ich bin gefickt Ich setze die wieder zurück Ja aber die sind jetzt ganz toll Wo sind die denn bei B? Der plantet B Der plantet B F hoch einer Nice Peter Hast du? Einer nicht Der letzte ist Palace Der letzte ist Palace Der hat ja grad noch Die haben für Palace geplantet Alter das ist Apartments Palace ist auf A Ja die haben für Apartments geplant Die sind auch maximal verwirrt Kann das sein? Sorry Egal hey ich hab die Headshots gedrückt Ja und alles easy Hast du? Das ist die Hitze Das können wir alles auf die Hitze schieben War ne schöne Runde Wenigstens einer zeigt dir irgendwas Ich lauf rechts lang Jay Achso der will auch in die gleiche Richtung Ja ja Zählt da Peter zieht blank? Peter zieht blank? Peter zieht blank? Nein Das hat nie einer gesagt Das hat nie einer gesagt Das hat nie einer gesagt Aber er hat gesagt er zeigt weit Ich hab auch nur verstanden Wenn Peter blank zieht jetzt Das ist Blank und Check Soll ich mich darauf irgendwie verlassen Wenn ich ganz ehrlich bin Hast du auch Feuergranate? Oh schön Nice Pelle ist einer Pelle ist einer Aua Hat mir schon ein bisschen wird gegeben Aber er hat HE gefressen Ich hab hier nix gehört Jay Der ist oben rechts in der Ecke schon Einen hab ich da ist noch einer A wird gepusht A wird gepusht A wird gepusht Ah fuck Kommand jetzt hab ich die Granate genommen Warum ist A Fuck Einer ist B Einer ist B Mitte B Mitte Einer Pelle ist Nice Bram War da keiner in der Mitte? Hahahaha Ich hab da selbst das Cape gehört Guter Call Jayme Ich mach das Spiel aus Ich hab einfach Ich hab einfach mal den Typen In Palace getötet Oder wie Peter sagen würde In Apps Also ich hab so sicher Selbst gerade gehört Ja Apps hast du gehört Ich weiß Ja Peter Die 3 Sterne Boys Die zeigen dir wieder Ja Genau Wir zeigen dir immer wieder Oh Ja Jawoll 3 2 Steps Scheiße Ein weiterer mit ner Arbe Mitte Pedern hinter dir also Ja Nur zur Info Kann da kommen Ich geh mal Mitte Und guck Der hat Hits Der am Diegel Mitte seh ich nix Klingt so als wären die zurückgegangen Jay Aber ich bin mir nicht sicher Der eine Mitte seh ich immer noch nix Nicht dass die gleich Connector kommen Oben runter Christian Palace runter Da springt einer bei dir Sepp Die versuchen bei dir reinzuspringen Jungle Jungle jetzt Ah fuck ey Wieso kann er nicht sterben Zwölf Leben hat er noch Einer ist tot an den Apps Schön Peter Der letzte Jungle Ja 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 Ich würd die nehmen Ja Ich würd die nehmen Ja Wieso hab ich da nicht gehörnert Das ist aber auch komisch hier Audio Ich kann die Ich kann die Feuernade auch gerne als erstes werfen wenn du willst Machen wir ne Ja Machen wir Ja ist gut Ja ist gut Das ist ja Bisschen mal von Waffen Jongliern Ja Wobei mach du die Weil du stellst dich da eher immer hin Und ich stell mich ja schnell immer drauf Einer ist schon durch Aber der ist alleine durch Nix Christian ich werf auch ne HE In der Ecke Oh den hat der genommen Gar nix Jay Werf die nicht Aber die dann auch Geh mal rüber Der war schön Der ist tot ne Christian Ja der mit dem Headshot ist tot Ist da einer mit Orp in der Kitzel Aber der der vorne ist nix Leute der ist Da oben kann man drauf Der ist direkt Ich hab dir den Arsch gerettet Ich hab dir den Arsch gerettet Ich bin tot Ich hab dir den Arsch gerettet Ich hab dir den Arsch gerettet Okay dann war ich vor der Sekunde zu spitz zum Arsch Ich wusste nicht dass man da hoch kann Braucht wer ne Waffe ich hab 9k Ne wir haben alle gerade relativ viel Ist gut Ist ja keiner gestorben gerade ne Na dann wär er mir den Arsch gerettet Ja dachte ich Da hat man da hoch kann ich war so verwirrt Jetzt kommen die Pro-Plays Jetzt kommen die Pro-Plays Okay der hat mich Ich hör's selbst Jay Könnt aber auch zu mir sein Sind Tunnel Haben mich Oh die machen Tunnel Einer Mitte Einer Tunnel Oh Mann ey Da wollte ich ihm helfen gehen Und Connector ist einer reingekommen Ab ihn Auf Apps Wir haben noch 3 Gegner Einer ist Mitte safe Ja Mit Orb Aber der kann Der kann nicht Connector kommen Christian Aber der kann theoretisch durch den Tunnel gehen Jonathan Ja In der Mitte hat gerade einer mit der Luftpumpe geschossen Ab 20 HP Ich camp mich auf B und fertig ist Okay Hier hinten kann der nicht durch ne Ich versuch Connector zu decken Uh Da kann man Nein Einer ist A-Spot Nice Okay Vergiss it Oh Gott da ist noch einer Connector Oh das wäre genau der Kopf gewiesen Ja schade Ah Christian macht ihn jetzt Nice Christian du geile Sau Geil Ah Messigkeit Ey Pedro 16K Möchtest du mir was kaufen? Na klar Was willst du denn haben? Würde ne Auto nochmal nehmen Diesmal halte ich die So Linke Steuerungstaste gedrückt halten So Gewehr Op Was? Ja dann kann ich direkt für den Freund Also der hat ihn in die Richtung geworfen Dann droppt er die Dann droppt er die Dann droppt er die Was für ein Ding musst du da Ich ne Ahnung Oh Flash of A Steuern drücken Krass Steps hier Aber nur eine Person Da kommt dann ne Smoke Christian Ja ja Habe ich Oh der hat aber richtig gestillt Da ist einer vorgekommen Einer ist schon vor Sepp Ich höre Steps Ja oben ist er Oben ist er Einer ist unten Unten auch Die sind auf A Drei Leute Scheiß die haben gepusht Ah Dann ist kam auch einer raus Kann nicht wahr sein Ich hab seine Orb verloren Ach Verlasten Das bringt einfach kein Glück beim Peter die kauft Vielleicht soll ich nicht mit der Orb spielen Ne Bram vielleicht sollst du deine eigene Orb nehmen Die ist besser Schön Peter Oh die Flash war awesome Oh die Flash war awesome Die war von ihm selber Ja ich weiß Der hat noch einer direkt closed Pushy pushy Oh von der Seite hat mich wer Scheiße Scheiße Als ob der euch beide mal eben Ah ne das war der andere Der weg flinkt hat Ne das war der anders Ich hab halt auf den der bei Peter ist geschossen Und dann den anderen nicht gesehen Okay Ach das war frech das die da gesmoked haben ey Sonst smoken die da nie Naja Wie soll man nicht die Pisser soll man nicht so häufig A gehen Ja ohne Witz Peter ist gerade besser Der ist richtig gut drauf Oben im Palace hat einer gesoomt Und selbst dessen AWP drin Incendiary out Throwing smoke Und das smoke ich da mal ne Ah scheiße Ich hab mir Palace angeguckt Palace hatte ich angeguckt Okay wir haben Mitte verloren Mitte hab ich einen aber gepickt Habe ich einen Der kam unten unten aus dem Jungle aus dem Tunnel Man ist sich wieder sehr verteilt Ich geh mal weiter zurück Naja die sind Hey ihr Steps Jay Rennen wir Ja ich weiß Könnte sein dass die Tunnel gehen Oder bei dir Ich guck Tunnel Da ist noch ne AWP hinten im Tor Hier ist keiner mehr Ich glaub die gehen A Ich guck Tunnel Geh mal rüber Zu A In Jungle Ist halt nur einer ne Also einer ist im Tor mit der AWP Und jetzt kam ne Flash auf A Ja wir haben gehört wie die von B weggerannt sind Christian Opa Bombe ist bei euch Nice ich Entschuldigung Christian Einer ist unten noch drin Bis hinten weg ist zum Spawn Die Krallen bei uns Ist zum Spawn Die Krallen bei uns Der will fliehen Alles klar Ich komm mit Ich komm mit Der ist Palace oben rein Der ist ein Ne Ja das Problem ist Die Wenn die mal mehr so Granaten schmeißen würden Hätten wir sehr viel mehr Probleme Wenn die anfangen Flashes und so weiter zu nutzen Dann kommen die hier auch rauf Ja die machen das eigentlich auch ziemlich gut Irgendwann kommt der B-Rush Eine Person hab ich gehört Das ist immer derselbe Kampf Wo kommt die Die haben mich hier Die haben mich B kurz weggesmoked Ja aus der Mitte oder? Das ist neu Relativ viele Steps auf B-Spot Der Baum kommt von hinten Ich geh mal Wo? Die sind schon da Ich komm Auf dem Hab einen Fuck Wo denn noch? Habt ihr die Schrauben? Ja ich hab den Pops Was ist denn wo? Ich hab mich jetzt schrauben Oben Oben Unten sind die noch nicht Durchs Holz hat er mich gekillt Ich glaube nicht War die Bombe da? Nein Holz Ne noch nicht Noch nicht gespottet Einer ist jetzt unten bei D Oh Mitte ist noch eine A Ah fuck Wo kommt ihr denn jetzt her? Noch einer B Oh noch einer B Okay Aber wenn ich mal das lieben Jetzt nicht mehr wahrscheinlich Planted Boah Der hat gesessen Der war gut Holy shit Der war nice Gute Butter Belt Alles kaufen jetzt Letzte Runde Kann mir jemand eine Awe nochmal legen? Ja Ich nicht aber Ich kann dir eine legen Ja Ich leg dir eine Ich hab schon Ich hab eine Komm bis auf 50 runter hier Ja Christian ich flash die mal unten weg Da sind sie mal B gekommen J und wir haben versagt Ja Flash Battle verloren Fuck Oh A A Flash Aua die war fies B sind auch welche Aufgeregtes Rennen auf B Wo war der Mitte? Fram Ja hinten links Ganz ganz chillig hinten mit der Arme Da ist einer Connector durch Einer Jungle auch Oh Gott Alter wie hat der mir Ach komm Als ob ich jetzt an meinem eigenen Feuer gestorben bin Holy shit Sind die jetzt A oder B? Der ist Mittelgang Oh Einer war mit in Gang Als ob Scheiss das war scheiße Also ich wurde auf den Wege gegangen Von Apps Ey das ist ein Problem Oh Gott Ach schade Das wird ne schwierige zweite Halbzeit Ja Einige drücken gut Aber ich find die cheaten nicht Nee Noch nicht J, ne? Alter der Gegner Gelb hat mir so viele Headshots gedrückt Der hat vier Kills Willst du mich verarschen? Ich probiere der Erstmal reporten Ohne Scheiss Report Ich glaub der Gelbe wär richtig gut Ah ich hab ne Flash E wär A oder B? Ah ich hab ne Flash Ah du hast ne Flash Ah ich hab ne Flash Okay Die musst du hier Ja Einer rechts, einer links Hinten durch, hinten durch CT Spot Hab ich Einer ist Jungle Einer ist Jungle Einer hab ich, Jungle hab ich tot Vom CT spawnen aus siehst du die Bombe Jungle CT kommt einer Aua laufen ist dumm Einfach Death gehen Ich warte einfach genau Vom CT spawnen siehst du die Bombe Oh man von der Mitte Oh wo kam der jetzt mal her Und von CT kommt der CT Einer ist oben auf unserer Treppe Oh nice Der ist tot Oh Gott Nice Der war wichtig Der war wirklich wichtig Oh nice Christian Der war knippes Wie sind wir eigentlich so einen krassen wie Christian bei uns im Team ähm Ist doch eigentlich ganz ok oder Ist doch eigentlich ganz ok oder Ja Aufbauen oder Ich will mal aus Ja macht mal Ich will mal ausprobieren So halb Tod im Mirage ne Seit wir mittlerweile wissen Du kannst ja alleine in das Fenster reinspringen Ich weiss nicht mal wie Ich weiss nicht mal wie Echt? Wie geht das denn? Ja na das ist halt so Wir spielen schon seit 10 Jahren die Map aber Warte mal kurz Nicht hat hier einer rushed Oh oben pusht einer Hab ihn Nice Jay Nö Fuck Hab ich Haben wir Sehr gut Noch einen auf B Noch einen auf B Nein einen haben wir gekillt Nice Peter Alter jetzt geht aber ab hier Fabs Einen Gegner habt doch noch CT ist keiner Ich guck im Mitte Ja scheiße ich glaube ob er guckt wa Es sind zu viele Der ist safe Was sagen Das ist aber strange Schön Team Die waren Mit echt vielen auf B Die waren drei Leute auf B Na war auch gut gemacht hier Dau sechs Runden noch Fuck god jetzt hat er gejinkst Jetzt kam die Jetzt kam die Jetzt kam die Die uns in den Boden reitet Warten wir mal auf die Runde Warten wir mal auf die Runde wo die Waffen haben Ja Vielleicht kaufen sie jetzt auch schon Haben sie eben auch gemacht Die haben gerade schon gekauft Hast du echt? Ja Er hat gut Hits gekriegt Glaub nicht dass der nochmal kommt Äh Mitte Okay den haben wir Und rechts Short war auch einer Christian Oder Bram Short ist eine Aave oder Scout Das ist ein Scout Einer ist noch Fenster Nice Bram Und die steht CT Der schießt aber nicht Wenn ich den treffe ist der tot Und wenn ich den treffe ist der tot Könnte ein anderer gewesen sein Nice Sehr gut Schön Komm nochmal planten Leisigkeit Ich brauche eine Waffe Gebe ich dir Geil Ich werfe über Bram drüber Ah ein bisschen geil gerade Sehr schön Du bist ein bisschen geil gerade Ein bisschen Das liegt gut mit Von unten Druck machen Über den Weinkeller Das fand ich alles angenehm Warte mal ich habe die Bombe Ich sollte nicht Mitte gehen Wenn alle anderen woanders hingehen Du sollst nicht denn nicht sterben Ah Dann stirbt man doch immer wenn man dann die Bombe hat Ich guck mal Ja komm du mal Killer Bram kriegt gleich einen Headshot Du hast die Waffe in der Hand Oh von hinten Natürlich stirbt der mit der Bombe Natürlich Ich bleib hinten stehen Und werde trotzdem noch gekillt Was heißt die sind in der Mitte durchgerasht Oder von A gekommen Nicht noch einer Wir haben noch zwei Gegner Also Ja lass auf B drauf Und flashen Und ich flash raus Okay Einmal Und Zweimal raus flashen Alles klar Und Und Let's go Und flash war nice Wo ist er Außen zwei Außen zwei Einer auf den Kisten Was ist denn außen Ah kurz Versichter Ah bitte Versichter da nicht Nice Außen zwei Was ist denn außen Außen zwei Ja ich hab auch gedacht Wo ist das denn Nein Palace Palace Im Zweifel ist es Palace Ja merke ich das Ja Oh Jungs Sehr geil Gehen wir nochmal jetzt A Ich versuche mal A gehen Ja komm man Alter voll die geilen flashes Feuer Scheiß auf Feuer Aua HE Oh Ich hätte nicht scheiß auf Feuer War ne dumme Idee Verbrennt Wie hat der nicht denn gemacht Der hat mich erschossen Scheiße Ich bin down Die Bombe ist auf arm Die wissen nicht Die wissen nicht Dass die Bombe da oben liegt Alter wir holen jetzt mal die Bombe Ich decke hinten Ich hab die extra vorher abgelegt Die haben mich da nicht mit gesehen Jetzt geht er nicht raus ne Ich will mal kurz gucken Jetzt kann es sich Als wenn er sich ne Negev gekauft hat Gehen wir jetzt hinten Gehen wir jetzt hinten rum Mitte gucken Ja Ich guck A Okay Dann wird jetzt ein Tod Aber vielleicht setze ich einen schönen Header Vielleicht aber auch nicht Mach's halt Peter Vielleicht steht auch keiner im Fenster Was mich verwirrt Ich komm eh gleich von hinten Ich komm eh gleich von hinten Fenster Haben wir Haben wir Die wissen jetzt wo wir sind Äh hinten Habe ich 4 Leben 4 Sekunden Peter das war die Lampe Alles gut Peter rauf Peter Ah man 4 Leben und Nacht Ah fuck Aber die Lampe ist tot Die Lampe hängt da noch Als ob du die Lampe abgeschossen hast Scheiße Ja ich wollte auf Nummer sicher gehen Wir haben immerhin ein bisschen Geld noch Ah suckt Ja Die haben die Granaten auf A ziemlich gut drauf Samy du siehst aus als wenn du tot wärst Immer gut Muss ich wiederbeleben Wie kann man eine Katze wiederbeleben Und Jake Und Jake Ja und Herzmassage Herz Ja das sollte man auch machen Beides Ach du Scheiße Dann geb ich dem Headshot beim Vorbeilaufen Na wo man steht War das Mitte Der war schon rechts Einer steht B außen Oh ich bin komplett geflasht Oh der hat noch Komm von hinten Die kommen von hinten Die kommen von hinten Äh B oder wohin Die kommen von unseren Spawn Die laufen über unseren Spawn Die laufen über unseren Spawn Ich hab da Schritte gehört Habe ich diesmal wenigstens nicht fail gecallt Äh der geht nach blau Hat sich gerade bedankt Einer verschiebt von B weg Von wo Von links Der steht direkt links im Decke Hinter die Treppen Einer steht short B short Der geht zurück zu B Ja 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 Boah da hab ich mal wenigstens was richtig gehört Kann mir jemand nach K legen Kein 10 mal reicht Wenn der was Peter macht Danke Christian hat sogar nen Orb Nice Ja der ist ihm schon Aber wirklich Aber ich Auch wenn wir das jetzt verlieren sollte Finde ich Spielen wir bislang sehr sehr gut Ich finde auch Ich finde auch Wir haben richtig gute Gegner Alter Also Vernünftig gematcht Die passen halt Einer ist vorgegangen B Einer ist bei B schon Apartments drin Hat sich da Oh nein Wer die Granate wirft stirbt Also pusht er sich bei B Scheiße Er kommt jetzt B Apartments vor Ich hab die Bombe davor eingelegt Hab ich Schön Peter Ne ich hab versagt Ja du hast ihn gut angeschossen in meinen Da war er direkt tot Ich komme über Mitte Zu A Ist genau vorgepusht Er hat sich geworfen Wie komme ich denn alleine in den Jungle rein Oh er Short ist glaube ich hier Ich glaube von der Bank Von der Bank Ja Short ist einer Jetzt nicht mehr Von hinten Mitte Du bist von A beschossen Oh fuck Pavlov sitzt auf A Auf der Kiste drauf Kleiner Wichser Oh schön Und auf A Das ist der letzte Hast gesehen Machs jetzt Oder gehst B Was machst du? Er will die Messern Ne Der wartet dort Der verschiebt Ja das ist der sneaky Tipp Ich hab ihn gehört Krasser Dude der Jay Ich hab ihn gehört Ich hab ihn gehört Krasser Dude der Jay Was? Was? Ob er das weiß? Naja er hat wahrscheinlich überall geguckt Was? Das war Pavlov so Ach shit War ein nice 2 War ein nice 2 Alter Vielleicht hat er deine Waffe gesehen Das kann natürlich sein Ja okay Ja okay Keine Ahnung Ich hab keine Ahnung von dem fucking Assboot Böser paar Ne ich leider auch nicht Mein Name Geld Und Oh das war ein nice try Schade Ich bin halt auch nur Goldnova 2 Ne Man darf nicht mehr von mir warten Ich fand das stark Ja wie gesagt Guck dir die Goldnova 3 Spiele an Man sieht das schon grad den Unterschied Hallo Ah ne das war eine Granate Scheiße Ja war schön A B sagste Einer Mitte runter gedroppt Window 81 in 3 Der ist bei uns am Spawn Kommt der von hinten? Ja Ich komm hinten Ja Ja komm ich flash raus Ich hab nur eine Flash Und dann let's go Und oh Ich hab auch eine ich mach zwei Warte Ich mach einer Fuck Boah Links steht noch einer Das ist zwei Ja shit ich muss mit Die hatten sich aufgestellt für B Theoretisch Ja scheiße ey Warum versuch ich die zu fighten Ich hätte mich verstecken können Oh nice Noch einer Shot Wahrscheinlich Sepp Direkt runter Kommt der wenn der wegziehs ey Echo Wir brauchen drei gelegte Waffen Das sollten wir nicht machen Das kriegen wir nicht hin Also Alle A Alle A Na komm ich hab ne MP gekauft wenigstens Dann mach ich ne Flash Dann mach ich ne Flash Dann nehmen wenn ich sterbe We must move Ich brauch nicht aber Palace Jetzt glaub ich mal nicht durchs Feuer Fuck Aua 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 War schnell Oh die sind gegen gepusht oben Palace Einer ist Palace drin Ich mein Palace Okay Jay ich glaub der kommt Schade wurden wir ein bisschen aufgedröselt Eine starke Granate 163 damage Aua Aua Nochmal Echo Also Bram und Jay können jetzt nicht kaufen Nee Der hat sich nicht kaufen Diegel gekauft Da kann ich kaufen Ja Ja Warum soll ich hier liegen Das stimmt Ja Also wenn wir kaufen kaufen wir Na safe Wir kaufen 3-7 Das wird nur gewinnen Ich glaube wir müssen mal ein bisschen schneller sein wieder Aua Huu Oben Habe ich Ja Ich hatte er Baby What Ach du dich dann kurz Einen habe ich kurz Sind die Leute der Raum gemacht hat Nee Christian lebt auch noch Christian lebt auch noch Ich habe mich gerade so betrachtet Ich habe dich angeguckt In der Sekunde fall ich um Ich dachte mir so du Wichser wieso schießt du mir in den Kopf Ich komme mal runter Tunnel Ich guck mal gerade hinten Ich habe irgendwie ein doofes Gefühl Jaja Soll ich dich boosten Hier einer ist noch mitte hier Wo Ich höre über mir auch einen Short Ok ich guck Short Christian Du hörst Also Short höre ich keinen Aber hier in der Mitte höre ich auch keinen Ich hätte Short einen gehört Ich guck Short Achso Habe ich Short ist tot Alter ich kann die AK einfach nicht 8749 Ich kann es einfach nicht mehr Der oben ist Der hat noch 13 Leben Oh weißt du was Ist der letzte Der sitzt zu einer Ecke Hinten durch Wir müssen pushen Wir müssen pushen Der 13 Leben hat Müssen wir pushen Ich habe eine Flash Ja Flash rein Rechts in dem Ding sitzt der irgendwo Ja warte Flash jetzt Okay ich habe noch 13 Sekunden Okay ich habe noch 13 Sekunden 16 Sekunden Ich gehe auf Arm Ich gehe auf Arm Das war belassen Ich dachte du kannst hinter der Kiste noch planten Ja auch Echo Dann Gehen wir mal B Na ja B Die schmecken halt Molly jetzt dahin war Ja machen die nicht Machen die nicht Machen die nicht Machen die nicht Okay Machen die Ich bin durch Ich gehe da durch Ich habe dem Header gegeben Zweites Molly Nice Haben wir gekillt Nice Komm jetzt machen wir das auch Oh warte mal Hi Jetzt haben wir die Granate drauf geschissen Ich will auch noch Dann hätten auch definitiv Leute wieder verliebt bekommen Von wo 43 Steckt genau am RKW Habe ich Nice Pläne Küche habe ich eingehört oder Ja Ja Ich gucke Mitte Ja Mitte Alter Ich habe halt So schnell reagiert als ich den gesehen habe Aber da kam von links da der Shot Scheiße Okay Okay wir können kaufen Money ihr habt Okay die haben Ausgleich gemacht Jetzt müssen wir wieder eine Runde holen Drei Runden noch Ist jetzt genug Spannung Wir müssen irgendwie die Mitte gewinnen Ramm die machen gerne hier Feuer hin Oder HE Oh geil Oh die war nice In der Mitte sitzt keiner Das ist ja was der Plan Die kommen wieder von hinten Ich guck hinten Ich guck T hinten Die haben Connector gesmoked Ja das war ich Hab einen auf A gepickt Ach komm hinten hat mich gemacht Der hat noch ein Leben Der hat ein Leben Der hat ein Leben Mann ey Peter der ist direkt da Ich höre ihn Der geht Mitte Der läuft in der Mitte zu Short oder sowas Scheiße Der sitzt sich da rechts in die Ecke Guck mal rechts in die Ecke CT zwei Leute Bei A Oh Mann ey Und ein Leben Nice Das war der den ich hatte Ja was machen wir jetzt Christian Warte warte Okay B geht B geht B geht B B B B B B B B Alle anderen sind A Jaja die können halt super schnell Die können halt super schnell Steht da Dachte ich komm vielleicht durch Steht die Awe Hast du noch ne Smoke Wo steht die Ne ich hab keine Smoke Connector durch A steht die Auf Spot Ich komm da nicht mehr hoch sonst ne Jetzt schießt er random durch Wo ist der zweite Ach Alter Bär Alter Bär Alter Bär Alter Bär random trifft Schade Kaff ich mal mit Smoke Das tut weh wie das Eigentor von Hummels Aber da machst du halt nichts gegen So einfach ist das Wir haben 3 A fokussierte Leute hier Mhm Ich kann die Granaten nicht mehr gut auf Einer hat Ach als ob er mir gibt Dramarien Oh krass Keine Ahnung Unter holz Unter holz Unter holz Unter holz Unter holz Bram der ist unter holz gewesen einer Ja Wir haben noch 3 Gegner wollen wir ein bisschen zurück gehen Oder links einer Ein bisschen zurück gehen Bram kannst du mich wiederbeleben Naja lieber nicht Ach fuck Jetzt müssen die sich erstmal wieder aufteilen Weil sie nicht wissen wo wir sind Naja die werden wissen Da die zurückgegangen sind Ja aber wir können ja jetzt theoretisch wieder Mitte oder A oder B gehen Das heißt die müssen sich theoretisch wieder aufteilen Na Peter ist smart Kann ich zu dritt auf einen Spot gehen So mein Gedankengang zumindest Cool Baller Ja aber die Geräusche die ihr da gerade gemacht habt Die hören die Also die wissen jetzt schon in der Mitte seit Wo sollen die 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 den gehört haben B Short Oder von A in den Kisten Waffen wechseln und zielen 30 Ja ok das ist ein bisschen eng Ein Fenster Oben das Fenster Leute what da kann man hin Die Leute kennen Wege Ja da saß der letzte mal auch Ooooooooh man Oh das war so krass Das ist aber auch unlucky Dass man da dann nicht den tötet Alles drin außer Winn Shit Fuck Kann man ja noch wer in der AK legen Ja Null Mach ich Danke Warte da sitzt einer im rechten sind ich noch mal wie im rechten ja aber selbst aufgerufen ja komm schon von mir habe ich doch hingekommen und das ist schlecht einer ist short auf jeden fall den habe ich gehört einer kommt bei apartments vor und hat mir ein headshot gegeben aber ich lebe noch fenster ist in sich in safe na ja der ist jungle jetzt connector war der ich nehme die bombe mit der kommt nicht noch mal gucken peter 45 gehen wir auf b ok dann wird schwierig aber können wir machen mit der glock um die ecke zu keine waffe ich habe eine awe ok das könnte schwierig werden die runde zu holen machste wissen wo du bist den habe ich noch gekriegt das ist ja belastend aber eigentlich gute gegner ja war levelmäßig auf unserem aber leider das falsche ergebnis ja ich finde die beiden beiden schiefen selbst nicht bekommen haben cool aber ich habe den gekriegt wenigste hörbare schritte meiste hast du nächstes war trotzdem eine spannende runde counterstrike global hoffentlich auch so liebe zuschauerinnen und zuschauer bis zum nächsten mal